Das ist die Overtüre zu einer bösen Oper, der Tanz der Kulturleiche. Etwas, das es bisher in Zürich noch nie gegeben hat. Mit so einer Gummipatronen haben wir doch nicht so militante Leute vertrieben. Das ist so eine CB-Granate, da kann man drüber reden. Die Ratten sind ans Tageslicht gestossen. Sie sind wild und gierig. Steil mal! Was soll das denn? Für Ehr und Ehr und Freiheit! Für eine freie Uni! Ich kann nur sagen, dass ich in der Welt unübertrieben auf das Jugendhaus war. Und das ist die Wut, immer weh zu steigen. Das ist alles abgebrochen. Ich kann unsere Sachen wert. Dann stand alles kaputt. Ich finde, jetzt ist genug diskutiert worden. Jetzt gehen wir durch die Langstrasse runter und halten zusammen. Ich finde es eigentlich fast zu harmlos. Also ich wäre dafür, dass man zu Napal greifen würde das nächste Mal. Ich finde, jetzt sind wohngeiera신 drauf wohnen. Ich fahne ab